Ich denke, du sollst mich Jo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Minecraft Mario Party zusammen mit dem Vox So, ich habe eine 5 Ich habe eine 3 Super, ich bin vor dir So, zusammen mit dem Vox Wir spielen eine Runde Mario Party auf dem Kotoxian Server Wer auch immer diesen Namen bekommen hat Ich habe jetzt erst mal 5 Minuten gebraucht um diese Gung Game Oh nein Gung Game Gung Game ist aber nicht das Gung Game Nein, ich habe automatisch zu springen an Du, fuck, direkt mal aus Ja, wann geht's denn los? 6 Sekunden, okay, das schaffe ich noch Steuerung aus, easy Okay, kriege ich den, den kriege ich easy Den kriege ich auch What the fuck, was war das denn? Jetzt noch hier Die Todtfresse, dankeschön Hab'n Dierschwerad, Hab'n Dierschwerad Ich geb'n die Kombo Wieso bin ich denn hier oben? Der kommt mir ja gar nicht runter Hä? Du kriegst keinen Fallschaden Ah Äh... gut Ich habe'n Dierschwerad Hab'n Dierschwerad Hab'n Dierschwerad Hab'n Dierschwerad Hab'n Dierschwerad Hab'n Dierschwerad Hab'n Dierschwerad Ich hab'n Dierschwerad Ich hab'n Dierschwerad Ich habe ihn abgestockt Einen Schütt und erumer's down NAHN Ich habe ihn bei einem Bogen totgeschlagen ich bin auch tot du hast dein persönlicher rekord wie lange habe ich keine mario party mehr gespielt egal ich würde jetzt dafür eine sechs leute ich darf zweimal würfeln wieso bin ich eigentlich eine peach ohne vier ich habe eine eins das war ich darf zweimal würfeln ich wurde dritter du bist dritter echt was hast du nicht wurde echt dritter ich bin mir noch nicht sicher hatte eine 4 1 wieviel bin ich denn das fünfter ich bin siebter das ist das schnelle baier aber ich mag den modus ich kann ihn nicht doch ich mag den ich habe mein ob es nicht funktioniert ich würde ich hasse diesen modus weil ich nicht bauen kann ich kann nicht bauen könnt ihr gerne mal auf die monja und vorbeigucken er macht aber das er geht ihm ja aus der die märkte das ist schon fertig aber das habe ich gestern gebaut auch das habe ich gestern gebaut und für warte mal kommen wieder voll konzentration ist davon wieder nicht reden er ich habe das richtig ist wo sagt man was ja was an ich kann gesprungen was was jemand einfach nur nein ich habe ich hatte zu 92 prozent was hatte ich falsch ich bin 8er ich check mich was ich falsch hatte lol was das habe ich gestern auch schon gebaut hä what the fuck ich check mich was ich falsch hatte so so glaube ich so müsste passen dann müsste hier ups 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 ich habe es so ich habe es so verkackt ja so geht es mir gerade auch so 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 ja gut erster hä was hatte ich ich check bis jetzt und ich weiß nicht was ich beim letzten falsch hatte ich müsste kurz was trinken weil ich Durst habe aber ich habe hier nichts mehr zu trinken fällt mir auf doch doch hört einfach genau wie du die flasche aufmachst so ja das ist doch falsch was ich hier bau oder wie lang braucht ihr denn bitte alter Mann ich hab keinen Plan mehr ja aber ich checkste mich auch nicht bei 50 jetzt gerade ist ja richtig aber hä egal ach und ich finde mir egal dass auf die Falle bei mir falsch ist weil ich hab das noch nicht auf meine Maus gelegt erstmal die Ecke ich hasse die 1 mag ich auch äh die 1.11 ich hasse diese diese Version einfach weiß nicht warum aber ich hasse sie das ist mein Leben auch was ich baue das gerade voll umständlich weil ich einfach zuerst außenrum baue und dann innen wo ist der weiße Quarz Block hin dann muss hier als ob er es geschafft hat ich hab's auch ich glaube ich hab's auch nein was hab ich falsch nein irgendwas hab ich falsch das grüne komplett verkackt nein du bist Platz 2 aber trotzdem chat, spiel 96,88% gut ist jetzt nicht so mein Prachtergebnis aber eine 6 das war doch mal easy und eine 6 ok, eine 6 und eine 5 alter oh, ich bin erster bitte erster, erster ich will die Platzierung sehen sag mir die Platzierung, ja ich bin erster mit 8 aber nicht alleine ich bin bei 8 Minenfeld ist so ein Modus den kann ich sogar oh nein, jetzt kommt wieder dieser No-Text was sind das für Blöcke, sind das Standsteine ey, Standsteine ja, unter den äh, Tretenminen ey, Sandsteine, warum? oder keine Ahnung, wo Sandsteine die werden in meinem Thatcher-Pack als No-Dingans No-Textur hä, als ob dann nimm ein anderes Thatcher-Pack so ey, ich bin echt gerade, muss ich sagen, echt gut ja, trotzdem wird erster Nein, what? Nein! Ja, der Erster Nein! Rekord Nein! Ah, leck mich doch das ist der Modus, den ich überzunehmen guck, das wird sich gegen ebenso, mein Video muss ganz zum Schluss gucken äh, ja, wenn ich definitiv nicht ich hab gewonnen hat 30.000 left the game nein, ich brauche, ich brauche ne 2 ne 2 und ne 4 ich glaub, Rosa fällt, bitte, bitte nach vorne, bitte nach nein! 4 Felder zurück ich hab, ich hab ne 2 gewürfelt und das 2 Felder zurück cool, ich glaub, ich bin wieder auf meinem letzten Feld ja, ich bin auf 17 äh, ich bin dritter, das geht sogar noch Feld 24 sind die erste, also 2 Felder Heiderboden, was? was? ist das für ein Spielmodus? das ist geil, äh, unter dir verschwinden die Blöcke heißt das nicht heißer? Achso äh, ja dein Thatcher-Pack wahrscheinlich ja, ne, äh, ich, ja, bin zu blöd, ein Schafes zu lesen ja, du schaffst das bei mir so ein Männchen, äh, so ein Männchen ja, genau da hab ich jetzt grad'n B gelesen nein, 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 oh man, ich hab' nicht ne, wir sind alle Töne, bei mir sind die Töne ne, wir sind alle Töne, du bist ja ich ne Peach oder ne Tott, oder? ich bin ne Mario, ne Mario-Fresse da hinten das? oh ja, Timo nein, oh Gott Timo ja lass mich leben ich mein, ich will dich so umbringen, aber lass mich leben nein oh mh rat mal wegen wem ich gestorben bin oh, oh wegen mir ich würd ihr gerne ins Gesicht schlagen hier riss meinen Schlag ins Gesicht hab ich eigentlich Shader für die 1,10? 1,11 sind vier, du Fisch ich bin erster echt? äh, wahrscheinlich ist das jetzt voll der Grafikfehler war vielleicht ne blöde Idee, jetzt ne Shader reinzumachen ja, weil dann wirst du nur drei Felder nach vorne geworfen ne, passt ich hab' sowieso ne Dreigewürfel, also ne, juck' sowieso kein Platz 6, 20 ja, ich hab' voll verkackt los bitte Karl 1 ist ein Premium ich bin, du bist vor mir ich bin Fünfter ja, ich bin Dritter unserer Rennen, das kann ich aber auch nicht das kann ich nicht ich auch nicht ich wurde da eben runtergebackt guck mal da wurden deine Koordinaten angezeigt und dann, sobald die Koordinaten angezeigt wird, wurde ich sofort nach unten gebackt aber eben ist auch der Server abgeschmiert guck so das Witzige ist einfach, ich geh so in eine random Runde plötzlich Dark Shooter LP als ob Dark Shooter mein Gott, der rieb nein der YouTuber Dark Shooter ja, der alter, hast du mal auf seine Klickzahlen geschaut ja, die sind enorm irgendwie, ich weiß nicht warum 92 aber abonniert mal Dark Shooter der hat's verdient okay, eigentlich nicht richtig, aber äh im Moment kriegt er noch keine so guten Content Videos auf jeden Fall sein erstes Video, alter, 92 Klicks what the fuck, ja, vielleicht hat er ja viele Freunde ich mein, was mich auch wundert, ich hab mal bei deinem GTA wieder nachgeguckt das hast du mir ja gesagt ja dieses komplett beschissene Video ja, ist echt so 270 Aufrufe und ich check nicht wieso ich, ich schaff das zweite nicht ich mein, ja, so geht's mir auch gerade nein, ja, doch, hab's geschafft ähm, das Schlimme ist mein bestes Video ist mein Livestream der hat jetzt 207 Aufrufe oder so der war ja aber auch gut weil ich da drin war ach so, ja naaa fuck lol, was ist das denn für ein Modul das dritte nur das Problem ist das, 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 das Video war ja nicht mal scheiße also der Livestream war ja eigentlich nicht scheiße der war eigentlich relativ gut beziehungsweise fand ich das zumindest so ja, weil ich drin war ja, hä, das ist nur weil du drin warst oh dann hast du das Grund gibt's gar nicht nee, ich hab das total nicht mehr dafür Loll ich muss sofort nach unten teleportiert ich auch na, ich bin, ey, ich bin Elfter ich kann mehr leisten, Leute ich bin, ja, mal alter, Digger ich bin Zehnter, bra halt, 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 mal die Fresse warum ach so stimmt jetzt fängst du auch schon mit an ein eins ähm Shad, super Premium fällt 28 von 49 wahrscheinlich bin ich jetzt ja, als ob du hinter mir bist Buggy, du bist ein Peach guck mal ah, hallo, wie geht's dir lass mal gucken wieviel ich bin äh, fünfter sechster ähm Minengefecht, Minengefecht das ist geil zu was es geht Minengefecht gar kein Plan was das ist ich hab diesen Modus schon hä, nein von John Let's Play du, Goldblöcke gegen TNT und Eisenblöcke gegen McQuib ich guck das bei, äh, Manu nicht also John Let's Play wie kannst du nur also sagen wir so, John Let's Play guck ich schon aber halt, ähm alter, schwör dir man schon hä, was bringt was äh, Eisenblöcke bringen oh Gott äh, Eisen-Dingens bringen, ähm, Rüstung der Eisen-Mario, ja und ich bin tot what the fuck was ist das für ein Modus der ist voll witzig, wenn man ihn verstanden hat ja, ich hab ihn nicht verstanden okay, halbwegs verstanden ich hab ihn doch gut ich hab ihn doch gut erklärt, man ja, hast du auch, aber irgendwie hm ich hab schon wieder Durst oh scheiße, da geht TNT in die Luft boah, ich hab noch Chlor in meiner Fresse wie sonst was warum kann man in der 1.11 nicht blocken? ja, das hab ich mich auch gefragt hinter dir ist ne Peach übrigens ach ne, das ist ein Toter lool, ich hab mal Eisenschwert mit Schärfe ja, ich nicht ich hab ne Enchanted-Eisenbrust äh, gönn dir mit mh mh da hinten kämpft übrigens immer wenn du grad ausüchst ja, genau da hol in dir ja, ihr sie da unten ist so ne, sind Toter da, äh, grad aus weiter genau da ist einer ja, ich weiß, man sieht sie kurzzeitig das stimmt, da war ja was oh, easy aber ich brauche, äh, Hose da kommt noch ne Peach, da kommt noch ne Peach von wo, von wo? äh, hinter dir eigentlich ja, wo ist hinter mir? äh, du siehst sie jetzt gerade ah, da da raus durch alles gleich ihr seht noch voll viele Spieler fällt mir gerade auf er hat halt er geht halt mit der Picke drauf naja, vielleicht hat er dann nicht aufs Schwert wechseln können da hat es noch einer, ja, siehst du ja von hinten kommt auch noch einer Achtung, der ist jetzt hat die in Tieren da ist die in T aua ah, warte mal, ich bin voll äh, aua warte mal, ich bin voll du bist erster wow, ich bin, äh, 15 respekt, Leute respekt, ich bin Platz 15 lass mal dafür ein Like da, dass ich Platz 15 bin noch ne 2 gewürfelt ja, ich erreiche niemals das scheiß Ziel ne 4 und ne 6 achso, stimmt, du darfst ja zweimal würfeln ja, ich bin 30 wahrscheinlich ist er ist jetzt schon im Ziel oder so ja, ich hätte mit dir das Start schon einer gewonnen ja, es dauert zu lange ne, ja, noch nicht 39 von 9 und 14 ne 39 von 9 und 14 ne, ja, nur 2,4 davor mit Mini-Server, oh nein ich bin ja nur 6er und ich bin so scheiße, ich bin so scheiße, ich bin so ein Drecksmodi ich kann mich nicht bewegen ja, ach was, guck mal, ich kann mich nicht bewegen sobald die unten sind 12 Kills ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen doch kannst du ne das ist ein... das sieht nur so aus, ich kann mich nicht bewegen oh lol mein Fenster ist noch offen da ist grad ein Motorrad vorbeigefahren oder was auch immer das war ich hab nur ne Steinachs und ich hab Mario getötet oh shit, ich hab ihn, ich hab ihn ähm, ich bin hier grad so ein bisschen vorsichtig unterwegs, weil ich jetzt eigentlich keinen Bock auf Stress grade habe, muss ich sagen das ist eine Peach, das ist eine Peach, zieh dann weg und ich hab's Beat, man ich tötete, ja, ich hab eine Peach getötete ok woher hast du bitte Speed? äh, Trank als ob's Tränke gibt ja, das hat mich auch gewundert hast du, stimmt, man regeneriert ja, wenn man ähm ja lebst du noch? ja, noch lebe ich Alter, da hat sich jemand grad so hart gekämpft NEIN! Fuggys tot was? guck mal, das ist so lächerlich, ne? wie viel hat sie ausgehalten? wenn du 10 Kills hast, bist du trotzdem nicht erster egal ob der andere ist es geht nur drauf an, wenn man lebt ob man lebt oder nicht ja, trotzdem, oh fuck äh, hab nen Bogen, äh, hab nen Schwert und nen Bogen ich schlaf gleich ein aber auch keine Pfeile Loll Eis ist bei mir oh komm, aushalb der Border Kick aushalb der Border Kick aushalb der Border Kick ja, man sieht ja, oh fuck Border 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 brenn ja, ich bin durch die Border durch bin aushalb der Border Loll, ich werd abgescoupt als ob's Bogen in den Spielmodus gibt ja, du hast die Border ist so ein bisschen klein fällt mir gerade auf ähm ähm was ist mit dir? oh, scheiße du hast 5 Kills 6 Kills die Border wird gerade ziemlich klein als kleiner Tipp von mir ja, jetzt hält sie eh an der hat einfach null Equal ja, ist echt so das sind diese Camper ja, easy und den letzten Klatsch auch noch ja, kriegst du auch noch mach dir denn da, Alter Rekord 8 Kills what the fuck so gut in diesem Spielmodus bist hey, ja, ich kann halt sehr gut PvP ja, klar, seh ich ich kann besser PvP ok, jetzt eine 6 für euch, Leute äh, eine 3 ich hab wirklich eine 6 cool eine 3 und eine 6 ey, ich bin aufs Feld 36 während der Erste wahrscheinlich jetzt so auffällt ich bin 46 doch ist niemand am Ziel toll toll, ich glaub du bist ich würd gern mal gucken ne, da wird noch einer, da wird noch einer teleportiert er ist ein Platz vor mir ok, ja, bla ja, man, Slime Jump was ist das denn? das ist, du musst einfach nach oben gucken da, äh, regenerieren sich Slime und du wirst halt nach oben gekickt so zu sagen so wie Trampolin springen du musst halt auf den anderen Slimes landen ach so oh fuck ich hab's direkt mal verkackt, alter ja, ich auch ey, was ist das denn? what the fuck? ich hab mich grad so gefreut, dass dieser Modus mal wieder kommt man ich bin zu inkompetent los oh hä, wieso schaffe ich das denn nicht? sind die Jabs eigentlich bei jedem gleiche oder sind das unter... ich hab mich verarschen bin mir nicht sicher, aber ich glaub das sind unter... was ist das gleiche ich hab wieder voll die schwierigen ich bin im Ziel aber da ein Checkpoint oder was auch immer ja, es war ein Checkpoint nein lol, als ob die jetzt schon ja ey, ich hab so lange kein Ding mehr gespielt, fällt mir gerade auf bitte ne 6, dann hab ich eventuell sogar noch gewonnen äh, ja, ich brauch ich jetzt auch ne 6, dann bin ich nämlich 6 ich hab ne 1 2 oh, wie lächerlich ich hoffe der kommt auf der 1, ich hoffe der Mario Party geschafft nein ok ja, zieht beide im Ziel so Leute, dann, äh würde ich sagen, was ist von einer kleinen Runde Minecraft Mario Party und Manu HD03 hat das Spiel gewonnen ich würd sagen, lasst mal ein Like damit es euch gefallen hat ich würd mich auch gerne über ein Auge freuen äh, bis zum nächsten Mal und tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.